Sprünge 180 Grad mit Armeinsatz. Multiband ist wieder unten an der Sprossenwand befestigt. Mit beiden Händen das Multiband halten, seitlich zur Sprossenwand stehen, eine tiefe Grundposition gehen. Arme sind unterhalb der Knie. Hochspringen 180 Grad drehen und das Band mit den Armen hoch zur Luft strecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017